Wir sind die drei Werft-Buben von der Werft 1919 aus Gresbronn am Bodensee. Ein Ensemble der Gastronomie, bestehend aus unserem Werft-Restaurant, dem Werft-Saal und unserer Werft-Bühne. Eigentlich sollte am 28.04. unser Kultursommer in dieser neuen Kulturstätte beginnen. Und in Zeiten der völligen Planungslosigkeit und Perspektivlosigkeit wollen wir für Künstler und Kulturschaffende Sicherheit bieten. Wie wir das schaffen wollen? Ja, durch einen Stream des kompletten Kultursommers 2021 hier von unserer Werft-Bühne direkt zu euch nach Hause. Perspektive in Zeiten der Perspektivlosigkeit, Freude in Zeiten der Traurigkeit. Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit, Leben in Zeiten der Leblosigkeit. Aussicht in Zeiten der Aussichtslosigkeit, Musik und Stimme in Zeiten der Stille. Wir gehen davon aus, dass bis Ende Juli kein Publikum unsere Live-Veranstaltungen hier auf unserer Bühne besuchen kann. Davon betroffen sind neun Konzerte, die Künstler und ihre Mitwirkenden. Und genau um diese Menschen geht es. Mit deinem Beitrag kannst du sicherstellen, dass diese Künstler bei dir zu Hause im Wohnzimmer live zu sehen sind. Neben kleinen Dankeschöns und der Teilnahme bietest du somit den Künstlerinnen und Künstlern Sicherheit. Egal, wie hoch dein Beitrag auch ausfällt, wir bedanken uns bei dir fürs Mitmachen. So jetzt, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Auch von mir vielen Dank fürs Mitmachen. Und das kleine Ständchen ist für euch. Und das kleine Ständchen ist für euch.